Willkommen in der jungle, willkommen in den Tiger. Nummer 15, Jufan Geiger, Center. Mein Lieblingsmoment im Spiel ist, wenn ich spüre, dass mir heute alles gelingt. Hol dir jetzt dein Ticket! Hol dir jetzt dein Ticket! Hol dir jetzt dein Ticket! Dein. Dein. Hol dir jetzt dein Ticket! Hol dir jetzt dein Ticket! I'm gonna say it's slow just like that. You still want me to play with the rest of the ball? Just a bit. Okay. Nummer 11, Michael Jenkins, favorite moment in the game. Big three is scored and the crowd erupts. Ah, I like that. Andreas Krona, Nummer 23, Center. Ich liebe Huffakmann. Hol. Chips Ahoy, wo die Tauern. Hol. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hol. Say, what about kauf. 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 dir jetzt dein Ticket. Ja. Kauf. 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 Dir. Jetzt. Dein. Dein. Ticket. Ticket. Hoi. Kauf. Kauf. Der beste Moment im Spiel für mich ist die Crunch Time, in der in den letzten Sekunden das Spiel entschieden wird. Oh shit. Scheiße. Der beste Moment im Spiel. Verdammt. Nummer 6. 6. Ah gern. Gut, gut. Wie viele Versuche haben wir? Der habt ihr noch. Wunderbar. Ja. Stopp. Hup. 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 Dier. Dier. Jetzt. Die tickets. Hup. Jetzt dein Ticket. Water Tigers. Na, ma. Stopp. Hup. Ich kann es nur sagen, aber ich kann es nur sagen. Ich mache Alexander Nachfi, Power Forward. Einmalmal. Kauf dir jetzt dein Ticket. Kauf dir jetzt dein Ticket. Kenny Williams, Power Forward. Mein Lieblingsmoment ist, wenn ich mich auf jemanden schreitze. Das war's. Igor Perović, Head Coach of the Walter Tigers. Mein Lieblingsmoment in Basketball ist, wenn wir die Spiel, und alle in Tübingen sind glücklich. Get your tickets, jetzt!